Okay, anscheinend ist hier nichts, weil sonst könnte ich wohl an die Wand ran. Ist aber lustig, wie die so die Hände mitten im Boden hat und so. Es ist nicht nur von den Angriffen und den Angriffen, die wir in der Zukunft haben, aber das ist von den Angriffen der Bevölkerung. Ach, war das das in der Mitte? Achso. Da habe ich gedacht, da könnte ich mal kurz einen Schluck Tee trinken in der Zeit, wenn so eine Szene kommt, weißt du? Nee, das geht nicht. So schnell ist das. Ach komm. Ach komm. Hallo, was machst du hier? Offenbar nicht das Richtige. Ja, das ist nicht so... Lass dich das mal machen, das ist nicht so einfach irgendwie. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich weiß, wo sie sind. In Richtung diesen Turm. Okay. Den ich jetzt irgendwie überhaupt nicht richtig gesehen habe mit der kurzen Einblendung. Auf was hat der da jetzt das Dauerfeuer gerichtet? Der Typ kam dann nach? Oh Gott, gut. Ich glaube, aus dem Fenster hat er geschossen, aber der Typ kam durch die Tür, ja. Und hat ihn dann umgeniedelt. Und ich glaube, wir müssen auch in die Richtung. Zumindest sah das so aus, als wenn die in die Richtung neben der Kirche entlang gefahren sind. Da war der Turm. Also wenn du da aus die Tür gehst... Aus der Tür. Ich wollte schon sagen, wieso bewegt die sich jetzt schon wieder nicht? Und da runter, siehst du da hinten ist der Turm? Das ist das Mädelmensch. Geh doch mal einfach weiter. Also geradeaus ist der Turm. Da müssen wir hin. Also nicht da runter. Ja, die bewegt sich wieder nicht. Die will nicht nach rechts. Du musst erst einen halben Meter zurückgehen und dann... Das ist so eine scheiß Kameraperspektive hier drin. Pass auf, da hinten auf dem Auto ist andern. Oder näher zwei. Kann ich auch wieder nicht drüber laufen? Müssen wir denn jetzt da durch, oder müssen wir links rum? Also, vielleicht entweder da durch, weil das so öfter offen ist. Da kannst du da durchgehen. Ne, kann... Da C irgendwas... Ne, kannst du nur... Nicht verstecken, ne? Oder doch. Geh mal, da will sie nicht durch, ne? Ja, dann hier hoch. Da rüber geht auch nicht. Da nicht immer hinter dich. Hedl. Ja, sie denkt, sie wäre verfruchtet worden. Ach komm, weißt du, als ob die da nicht durchpassen würde. Jetzt mal ganz ehrlich. Quetscht sich überall durch. Was stöhnt die denn so? Ah, ah! Ja, wenn du die ganze Zeit wie so ein Buckligar so in der Hocke rumlaufen müsstest, das wäre auch anstrengend. Und dann vielleicht noch bei so ner Hitze oder so. Das stimmt. Wo ist denn das? Das hört sich an, als wenn die verletzt wäre. Das interessiert mich jetzt. Nein, nein, das ist nicht sie. Oder ist da unten eine, da wo du jetzt runter gehst, dass da einer ist? Ja, ach, der Junge war das. Okay, danach hat sich das jetzt gar nicht angehört. Nein, nein, nein. Das war mal überhaupt nicht. Weißt du, die Waffe fast so lange wie der Junge? Ja. Dass der die überhaupt so halten kann, ist schon... Ja, als ob, ne? Also... Halt mal so ne Knarre, die ist ja nicht so ganz so leicht, so nacka. Was ist das? Du kannst doch heilen, meine ich, ne? Er hat viel Blut verloren. Ich kann heilen, ja. Es stimmt, wenn ich ihm nicht helfe. Ach so, naja, ja, ist doch gut. Ich kann heilen, meine ich nicht. Ich kann heilen, meine ich nicht. Ruhli, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Sahira, ich bin nicht Sahira. Wie kann ich das machen? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Ähm. Jodi. Ähm. Jo... Jodi. Jodi? Ja. Ja, Jodi. 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 Ich glaube, wir kriegen das Eltern. Natürlich haben sie mich gesehen. Der kleine Junge da wieder mit dem großen Ding. Ja. Hä? Du musst hier hochruhen, deine Knarre. Und so, jetzt. Oh, womit? Mit L. Sag mal. Haben die doch nie einen Shooter gemacht, oder was? Ich bin hier mit Maustaste angedruckt. Ich kann nichts machen bei dem. Doch, rechts. Bei ihm. Ja, wieso sieht das nicht? Ja. Guck mal, den anderen muss dann weiter vor, oder? Oh, geht doch nicht. Entschuldigung. Solltest du den wahrscheinlich machen. Ja. Die Frage ist, der dahinter. Der wird mich doch auch treffen. Wie ist er? Ja. Da auf der anderen Seite. Okay, da muss ich auch noch einen. Der Kleine steht da für den Kopf. Ne, dahinter. Nicht auf der anderen. Links ist, glaube ich, auch noch einer. Aber wichtiger ist der rechts. Nicht der da? Der da? Ja. Wo ist der andere? Da, wo ich die ganze Zeit hinlaufen will, am Auto. Ne, aufm Auto. Ne, aufm Auto. Das ist ein Fall. Ach doch. Ne, warte mal. Kann ich den übernehmen? Aber warte mal, der ist jetzt aber nicht mehr so schnell am Schießen. Ich kann den nicht übernehmen. Kann das sein? Ich glaube, du musst näher rangehen. Irgendwie musst du näher ran gleich, wenn die Pause machen, ja. Siehste? Dann kann ich das nämlich in der Pause dazwischen machen. Vielleicht komme ich jetzt hin. Der schießt auf den Jungen immer noch. Ich kann auf jeden Fall nicht laufen. Ja, du musst ihn treffen. Ey, ich bin da noch drin gewesen. Das tat weh. Jetzt muss ich die ganze Zeit den Jungen hier, äh... Oh. Nein, ich bin ausgewichen. Da auch. Wieso nimmt der das manchmal an und manchmal nicht? Das ist so zum Kotzen. Da bin ich auch ausgewichen. Das hat er auch wieder nicht angenommen. Ja. 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 die ganze Zeit zu krabbeln. Nein, du sollst ja... Geht bloß nicht zum Jungen. Die will nicht dahin, ne? Jetzt... Ach, der Blockiert bestimmt oder so. Ja, ja, du konntest da nicht hin. Jetzt kannst du mit C dahin. Geh doch mal... Lauf doch einfach! Mann. Also die Störung ist echt für den Arsch. Ich denke mir mal, aber mit dem Pad ist das genau das gleiche. Weil du drückst die Tasten, läufst in die Richtung und nichts passiert. Ja. Er sieht mich nicht. Wow. Ja, geh aus dem Weg, Junge. Ich muss auch da durch. Okay. Was haben die denn? Was war das für eine Aktion? Also es war sicher nichts lustiges, aber... Komm, Junge, der du gerade größer bist als das... Ja, wollte ich gerade sagen. Ach, da unten. Da hinten ist einer. Kleiner, wohin? Nee, der wartet... Wir müssen ihn wegmachen. Schalt mal um bitte auf mich. Der ist doch gar nicht mit mir am... Äh, mit uns... Also der hat uns doch gar nicht im Visier. Ach so, stimmt. Nee, nee, du kannst weitergehen. Warum geht es nicht weiter einfach? Oh, ja doch. Äh, ich glaube, ich weiß, warum. Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell! Hilf mir! Hilf mir! Los! Ach, so ein Schutzschild. Ja, denke ich mal, dass das so eine Art Schutzschild war. Ja, das sah aus wie so eine Kuppel. Ja, ja. Sehr kurz, ey. Er lacht immer. Okay, kletter hoch. Wir sind fast durchsiebt worden. Höhö. Genau, und von da hinten schießt ja jetzt auch keiner auf mich, ne? Nö. Die sehen das auch nicht. Das ist guter Hochkletter. Also, ich möchte mich bitte gerne bewerben für, ähm, 100 Fehler in Spielen. Hm. Wo müssen wir jetzt hin? Ich folge mal einfach dem Jungen weiter. Ja, da rüber. Da hinten ist ja der Turm. Geil, ich stand links hinter dem, aber ich springe von rechts vor dem. Hä? Solltest du mich ja schießen? Nee, ne? Das ist bestimmt von ihm. Hm. Wer ist die Luan schon da? Ich hab übrigens gesehen, ich weiß gar nicht. Ich hab das gerade im Angebot, weil da war ein, äh, ich glaub ein Ghost-Rakun oder so. Also irgendwas mit Ghost auf jeden Fall war wieder ein. Breakpoint. Breakpoint war im Angebot. Das, was ich auch gespielt hab, was ich gut finde und was sie jetzt nochmal wirklich verbessert haben. Was auch bestimmt so zweite Laune macht. Ähm, wieso kann ich die nicht da rausholen? Oder muss... Hä? Nee, das musst du. Achso. Nee, 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 nee. Ich musste einfach noch. Na komm, Auto starten hatten wir schon mal. Ja, ja. Das hab ich aber auch schon mal gefehlt. Also nicht erst starten, aber... Äh, ja. Und vor allen Dingen, weil die alle auf die Laderampe gucken. Ja, ich drück da die Tasten, die ich drücken soll, aber... Nee, ich soll die... Achso, ich soll die gar nicht drücken. Das ist nur um zu gucken, oder was? Ja, ich soll die Laderampe gucken. Nee, genau. Die Haare sind weggeflogen. Ich muss schießen. Die anderen machen gar nichts, ja? Nee, im Moment nicht. Ja. Ja. Ähnlichstens hatte ich bei Indiana Jones schon mal. Da haben die auch nichts gemacht. Die haben immer gewartet, bis der eine platt war und dann kam der nächste gesprungen. Ja. 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 Hi. 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 Genau, als ob die sich da so festhalten wird. Ich musste gerade kurz an der Crew denken. Weißt du, keiner schießt. Eine einzelne Person hinten auf dem Fahrzeug. Fünf, sechs drumherum. Keiner schießt. Er hat keine Waffen mehr. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Nein, wir müssen uns nicht mitkommen. Wir können nicht mitkommen. Wir müssen uns nicht mitkommen. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Ich nicht mitkommen. Vielen Dank.